Wieso strebt ihr nach imperialer Anerkennung? Vor vielen Jahren wurde mein Volk fast restlos ausgelöscht. Meine Wut ist es, die mir meine Kraft schenkt. Und es ist diese Kraft, die ich dem Imperium anbieten kann. Angebot angenommen. Ich bin gekommen, um dir eine Gelegenheit zu bieten, Barris. Seid einfach froh, dass ihr keine Jedi mehr seid. Dein Pfad steht fest morgen, Elsbeth. Ich hatte eine Vision. Sie ist mein Schicksal. Gnade führt nur zur Niederlage. Ich werde dir helfen, diese Schwäche zu überwinden. Greif an! Ihr habt gesagt, mit dem Imperium würden die Dinge hier besser werden. Alles hat eben seinen Preis. Nein! Meine Welt brennt bereits. Seit ich ein Kind war. Du kannst nicht aufhalten, was schon begonnen hat. Erweist euch diese Aufgabe heute als würdig? Und ihr dürft euch uns anschließen. Die Zeit ist gekommen, euren neuen Meister kennenzulernen. Lang lebe das Imperium. Liebe, wir sind in der Himmelsen. Macht euch was hier. Ich bin ein Kind. Ich bin ein Kind. Ich bin ein Kind. Ich bin ein Kind. Ich bin ein Kind.